Ja, hallo alle miteinander zu einem weiteren Dogfest-Special-Beitrag. Den liefern dieses Mal die Nina. Hallo Nina. Hallo. Guten Tag. Ja, und ich, Max. Und wir haben heute noch drei Filme bei uns in der Tasche. Die lagen ganz unten, so im Winkel, da wo die Krümel liegen. Und dabei handelt es sich um den Film Hashtag unfit. Irgendwas mit Donald Trump. Dann Swinger, die wunderbare Welt des Partnertauschs. Und Nina erzählt uns etwas über Hongkong. Was war das? Hongkong Moments. Okay. Hongkong Moments heißt der Film. Hongkong Moments. Und da ich zwei Filme habe, werde ich jetzt mal gleich mit dem ersten beginnen. Und ich habe den Pfeil auf die Dartscheibe geworfen und dabei kam Swinger, die wunderbare Welt des Partnertauschs bei raus. So, der Film ist ein deutscher Film. Und der kommt aus dem Jahr 2019 von Stefan Zimmermann und ist da in dieser Kategorie Münchner Premieren. Ja, und was gibt es über den Film zu sagen? Eigentlich werden dann nur Paare beim Swingen begleitet. Und zwar in ihren, ja, skurrilsten Outfits, skurrilsten Momenten. Wir haben da einen Fotografen, der mit seiner etwas älteren Ehefrau gerne swingt. Dann haben wir zwei, ja, beste Freundinnen, die auch gerne swingen. Die eine von beiden geht auch gern mal so ins Erotik-Kino. Die andere holt sich gern mal irgendwelche Lastwagenfahrer. nach Hause. Dann haben wir noch ein, ja, Pornopärchen, würde ich sagen. Sie ist anscheinend eine etwas bekanntere deutsche Pornodarstellerin namens Julia Pink. Die nutzt das Swingen zum Filmdrehen und lässt sich da dann auch gern mal von mehreren Männern befriedigen, während ihr Mann ihr dabei zusieht. Aber darf man das? Ob man das da hat? Einfach so, ja, also wenn sie das einfach so zum Pornodreh benutzt. Ja gut, die Leute, die da mitmachen, die wissen davon auch Bescheid. Achso, okay, gut. Vielleicht ist das so ein halbes Swingen. Keine Ahnung. Aber da kommen wir jetzt glaube ich schon zum ersten Problem. Also wir verfolgen die Personen mehr oder weniger bei ihrem Zeitvertreib. Aber so was das Swingen an sich angeht, da wird nicht viel dazu gesagt. 75 Minuten. Nee, ich habe auch das Gefühl irgendwie auch, ich gucke mir so ein bisschen die Bilder an, ein bisschen so durchlesen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eher so eine Schockdoku sein soll, als das wirklich so diese Lebensart darstellt. So ein bisschen. Also von der Lebensart bekommt man ehrlich gar nichts mit. Also gut, okay, man merkt, dass die Leute es halt irgendwie gerne machen und sie erzählen dann auch ab und an mal warum. Aber mit dieser Schockdoku bist du schon ganz nah dran. Es ist bloß einfach nicht schockierend genug, um eine Schockdoku zu sein. Im Prinzip leben die eigentlich nur das aus, was sie halt unter gegenseitigem Einverständnis einfach mit anderen dann auch irgendwie haben. Und es sind eigentlich auch ziemlich biedere Leute, die da gezeigt werden. Also wie es ja oft so ist, stille Wasser sind tief und was dann in den Schlafzimmern passiert, bleibt dann auch am besten hinter verschlossenen Türen. Und genau so fühlt es sich irgendwie an. Also ein bisschen Gelsenkirchner Barock trifft auf Porno-Kino und ja, ich weiß auch gar nicht, ob die Personen so unheimlich spannend sind. Also ich habe auch das Gefühl, das erinnert mich so ein bisschen an diese alten Stern-TV-Reportagen. Und das wäre das Nächste gewesen, ja. Das hätte locker auch irgendwann mal so im Abendprogramm Stern-TV laufen können. Es hat ein bisschen was von so Ulrich-Seidel-Filmen. Also ja, die Leute werden dann schon in exponierter Haltung dann ein bisschen gezeigt und laufen dann auch oft in Dessous rum. Und man hat halt ja auch ältere Personen, bei denen dann nicht mehr alles so super straff ist oder eine stark übergewichtige Frau und ein, also der LKW-Fahrer, den sie sich dann einlädt, der hat dann auch mehr oder weniger ein bisschen Fetisch in die Richtung und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht, ja, vielleicht soll das schockierend sein, aber für mich ist es das einfach nicht. Das sind Personen wie du und ich. Die trifft man dann auch ab und an mal beim Einkaufen und auch da ziehen sie sich ab und an mal schlecht an. Und eigentlich ist es nichts anderes. Aber ist das so ein bisschen, werden beide Seiten gezeigt so, dass man halt wirklich so, das sind einfach normale Menschen, die halt einfach eine andere Art haben, sich sexuell irgendwie so auszudrücken. Naja, dafür wird von ihrem normalen Alltag eigentlich viel zu wenig gezeigt. Also man wird in die Wohnungen mit eingeladen und die Kamerateams sind da dann ein bisschen, das Kamerateam ist da dann ein bisschen unterwegs. Aber da muss man dann auch schon anhand der Einrichtungsgegenstände oder sowas merkt man halt. Das sieht halt aus wie in jedem x-beliebigen deutschen Wohnzimmer sozusagen. Und es gibt dann am Ende, glaube ich, sind es, ich weiß es nicht, niederbayerisches oder oberbayerisches Pärchen, beide so um die 60 oder ich würde sagen, gehen beide auf die Rente zu oder haben sie sogar schon. Und da merkt man halt, ja, die sind in einem stark religiösen Haushalt. Also in jedem Winkel hängt halt der Herrgott. Und die wollen dann auch, die haben dann so eigene Swingerzimmer irgendwie eingerichtet. Vielleicht das einzig spannend ist, dass es doch anscheinend mehr Swinger gibt, die sich andere Leute dann nach Hause einladen. Also dieses in den Swingerclub gehen und dann liegen da, keine Ahnung, acht Pärchen auf der Matratze. Davon hat man eigentlich gar nichts mitbekommen. Okay. Du hattest ja die Kamerateams angesprochen. Wie ist das denn so? Das ist für mich immer das Spannendste, so. Wie abgespalten ist man so vom Filmemacher oder wie nah dran ist diese Person an das Geschehen dran? Weil es gibt da Filme, wo halt der Filmemacher direkt der Person, der Protagonist ist. Und es gibt halt Filme, wo halt nichts von der Person zu sehen ist, sondern halt wirklich nur die Leute, die dokumentiert werden. Wie ist das denn hier bei Swingers? Ist zweiteres. Also der Filmemacher könnte jeder sein. Im Prinzip merkt man, kriegt man da auch gar nichts davon mit, wer da überhaupt hinter der Kamera steht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob da überhaupt irgendjemand aus dem Off mit einer Frage überhaupt zu hören ist. Also die Geschichte erzählt sich über die Swinger selbst und wird dann zusammengeschnitten. Ich meine, es ist mit 75 Minuten jetzt auch kein sonderlich langer Dokumentarfilm. Von dem her funktioniert das auch. Dann zum Abschluss würde ich mal sagen, hier beim Dogfest kann man ja fünf Klatscher, glaube ich, dem Film geben. Also bis zu fünf. Ja. Klatschende Hände geben. Wie viele würdest du dem Film geben? Also er ist wirklich nicht besonders. Er ist nett. Er ist auch ganz gut gemacht. Aber also ich habe ihn jetzt einmal gesehen. Ich werde ihn sicherlich kein zweites Mal ansehen. Er hat mir auch nichts Neues erzählt. Wie gesagt, da hat man, glaube ich, streckenweise Stern TV schon heftigere Sachen auch miterlebt. Sagen wir mal, mit gutem Willen gebe ich zweieinhalb. Okay. Das ist also keine Guckempfehlung, aber auch nichts, wo du sagtest, hätte ich mir dann doch die Zeit für was anderes genommen. War keine verschwendete Lebenszeit. Ich glaube, ich hatte sogar eine leckere Pizza, während ich den ansah. Deswegen hat sich das zumindest kulinarisch gelohnt. Das ist ja schon mal was. Ja. Dann geht es mal weiter nach Hongkong, oder? Genau. Bitteschön. Ich habe den Film Hongkong Moments geguckt, weil ich mit Hongkong verbinde ich seit längerem halt diese Protestbewegung, die es vor gefühlt 50 Jahren gab, aber eigentlich vor Corona knapp ein Jahr her ist, wo halt ganz, ganz viele Leute auf die Straße gegangen sind, um gegen den wachsenden Einfluss der Pekinger Führung in Hongkong zu protestieren und dass die von der Regierung, beziehungsweise auch dann von der Polizei, die als Arm der Regierung mehr oder weniger zu Gange war, niedergeschlagen wurde. Erst nicht so brutal und dann immer brutaler. Und deswegen dachte ich mir so, ich würde mir gerne ein bisschen mehr davon ansehen. Ein bisschen mehr da rein, weil Hongkong, wie das mit China zusammenhängt und diese ganze Geschichte, da hatte ich keine Ahnung von. Deswegen dachte ich mir so, ja, dann, wenn man Doku-Film guckt, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen was dabei lernen. Ja. Deswegen habe ich mir Hongkong Moments angeguckt von, äh, Su Bing hat Regie geführt. Äh, die Originalfassung ist auf, äh, Chinesisch mit englischen Untertiteln. Also man muss auch ein bisschen was lesen. Man muss da schon ein bisschen offen dafür sein. Also in Hongkong Moments begleitet man sieben verschiedene Leute. Glaube ich, ich zeh mal gerade durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, genau. Sieben Leute, die entweder Pro- oder Gegendemos sind und, äh, aus unterschiedlichsten Blickwinkeln da drauf gucken. Es gibt dann, äh, den Taxifahrer, der so ein bisschen so die Elterngeneration mehr oder weniger darstellt, die halt, die sagen halt, was macht ihr jungen Leute? Seid doch glücklich mit eurem Leben und, äh, seid still, sozusagen. Dann gibt's auch, ähm, den militanten Aktivisten, der halt vermummt, äh, auftritt und auch, wo man halt so vermummt und mit Stimmenverzehrer, dass man den halt überhaupt nicht erkennt. Dann gibt's auch den Polizisten. Das fand ich auch sehr spannend, dass man da sieht, wie die das Ganze sehen. Dann gab's auch zwei Politiker. Einmal einer aus dem Lager Pro-Peking, einer aus dem, eine aus dem Lager nicht Pro-Peking, die halt auch direkte Konkurrenten waren, die halt, äh, bei der Bezirkswahl gegeneinander konkurriert haben. Dann gab's, ähm, eine Teeladenbesitzerin, die sehr, sehr pro-Peking war und die dann aber auch erzählt hat, dass sie von den, von der Gegenseite, äh, auch sehr krass gemobbt wurde, auch online. Und dann gab's auch den Rettungssanitäter. Das fand ich auch vielleicht mit am spannendsten. Weil der hat sich da nicht wirklich positioniert, aber einfach nur da, um zu helfen. Das ist so das Besondere an Hong Kong Moments, an diesem Dokumentarfilm, dass man halt diese ganzen verschiedenen Perspektiven hat. Also klingt für mich, ehrlich gesagt, ziemlich spannend. Vor allem, weil es eben so diverse Meinungen irgendwie zulässt. Ist es jetzt dann so, dass der Film, ja, irgendwie durch, ja, durch die prekäre Situation, ich schätze mal, diese Schubing oder der Schubing, ist das eine Frau oder ein Mann? Ja, das weiß ich nicht. Deswegen habe ich, Schubing hat Krischi geführt, oder Schubing? Merkt man da irgendwie, die Filmemachende Person, hält sich die irgendwie zurück oder geht, ja, spricht die da jedes Thema an? Also gibt's da irgendwie so, keine Ahnung, Zensur oder Sachen, die mit, 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 nur mit der Kneifzange angefasst werden? Oder ist es eine durchaus offene Dokumentation, ohne irgendwelche Schnitte? Also ich würde sagen, das ist eher neutral Tendenz zu Pro-Demokratie-Bewegung, weil das war ja, die, die Lager sind halt Pro-Demokratie und Pro-Peking, halt, ich weiß, da ist schon so eine Wertung, dass sie halt das die ganze Zeit so nennen, aber ich weiß halt nicht, ist vielleicht wirklich so als, ähm, als Name in Hongkong und das ist halt dann nicht so negativ, also wenn man halt nicht Pro-Demokratie ist, ist es halt vielleicht nicht nur so negativ, weil das halt eine andere Bedeutung hat, ähm, aber es gibt, dadurch, dass man halt alle Seiten sieht, auch vor allem halt von dieser Teeladenbesitzerin, dass sie halt Pro-Peking ist und deswegen halt online so massiv, äh, Mobbing und sogar auch Todesdrohungen erfährt, aber dann auch andererseits sieht man halt die eine, äh, die eine Politikerin, die genauso Morddrohungen bekommt. Dann denkt man sich so, beide Seiten sind in der Hinsicht vielleicht nicht richtig, aber dann sieht man halt die Demonstrationen, wo die Polizisten halt mit, mit Munition, mit scharfer Munition halt auf die Demonstranten schießen, das sieht man halt auch. Da muss man halt auch sagen, man muss echt dickes Fell haben, um diese Doku zu gucken, vor allem zum Ende hin, weil da genau wie die Demonstration an sich auch, dann wird immer gewalttätiger, es wird immer brenzliger da alles und das ist echt spannend zu gucken. Ah, okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie nah geht die, äh, Dokumentation da wirklich ran an die, an, ja, das sind ja gewalttätige Auseinandersetzungen, also man ist da mittendrin sozusagen. Ja, man ist da mittendrin, vor allem wenn man halt mit dem Rettungssanitäter da unterwegs ist, der, ne, der ist halt da die ganze Zeit so wirklich mittendrin und es ist schon, schon hart. Sind das dann auch die einprägendsten Momente für dich gewesen? Ich glaube, das war zum einen halt wirklich so alles, was mit dem Rettungssanitäter zu tun hatte, weil vor allem auch so diese Mischung aus Langeweile, während man halt wartet, dass irgendwas passiert und dann passiert was und dann muss man halt schnell sein. Und das ist halt so diese, diese Adrenalinschübe teilweise, fand ich halt echt heftig, aber was ich auch sehr interessant fand, war das mit der Politikerin, fand ich auch sehr interessant, vor allem, dass sie, die haben auch Footage von ihr genommen, sie hat bei einer Demonstration gefilmt und wurde dann festgenommen von der Polizei. Und diese, diese Aufnahmen haben sie auch mitgenommen und das fand ich halt auch so, so krass, es ist alles so sehr, sehr, geht sehr nah, so. Man muss echt ein bisschen aufpassen, wenn man halt sowas halt nicht gut abkann, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man den Film guckt. Okay, also soll jetzt bedeuten, du bist von Haus aus niemand, der gerne gewalttätige Filme guckt? Ja, also nee, ich habe halt Gott sei Dank noch nie Gewalt, also Polizeigewalt oder sowas ähnliches erfahren müssen. Deswegen kann ich da noch mit einem, vielleicht mit einem anderen Blick da drauf gucken, als irgendwie Leute, die halt ständig auf Demos sind und da irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen näher dran sind an diese ganze Thematik. Da ist halt schon, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen hart ist. Aber der Film ist nicht nur gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das wäre dann das Nächste. Genau. Ganz zum Schluss kommt einfach so ein random Bibelzitat. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging, aber ich dachte mir so, hä, das passt doch gar nicht da rein. So, da habe ich mich wirklich gefragt, warum? Was, warum endet man damit mit diesem, mit diesem Zitat? Ich glaube, es war irgendwas von Genesis, also irgendwie irgendein random Bibelzitat auf jeden Fall. Okay. Und was ich auch so ein bisschen komisch fand, war, dass es sehr viele ruckelige Slow-Motion-Aufnahmen gab. So, wo ich mir dachte, jetzt brauchen die halt bestimmt irgendwie Filmmaterial und haben nicht so viel aufgenommen, wie sie wollten vielleicht, sodass sie halt einfach zehn sehr lang gezogen haben. Das war ein billiger Trick, muss ich sagen. Ja. Und die Musik war auch teilweise ein bisschen sehr melancholisch, sehr melodramatisch, ein bisschen nervig, aber das war nur an manchen Stellen. Naja, gut. Und dann ging es halt weiter mit dem Film, der interessant ist und guckenswert ist. Ja. Aber es gab so ein paar so, äh, Momente. Ich wollte ja nicht ins Wort falten. Nee, nee, es war nur so, ja, es gab so ein paar Momente, wo ich mir dachte, so, nee. Nee. Hätte es die nicht gegeben, wäre der Film wirklich fünf Klatscher wert. Naja, das ist, ich finde gerade bei solchen Sachen sollte man dann doch meistens sachlich bleiben. Das wird dem Thema dann meistens gerecht. Und, ja, ich glaube, mit so einem Bibelzitat hättest du mich auch abschrecken können. Ja. Ja, aber ich dachte so, warum? Ja, weil vielleicht brauchte er noch Zeit. Es ist übrigens ein Mann, 1968 geboren, Chinese. Ja. 68? Krass. Ja, siehst du mal. Weil die meisten Leute, die da, die da vorkommen, also die jungen Leute sind halt wirklich so 90er, wenn nicht sogar, ich glaube, die Politikerin ist 97 geboren. Echt? Wow. Ja. Ja, da bin ich auch weit von entfernt, glaube ich. Ja, also gibst du keine fünf Klatscher? Nee, bei mir gibt es vier Klatscher. Vier, naja, gut, okay, da fehlt ja nur einer. Ist trotzdem dann sehr sehenswert. Wollen wir dann mit dem dritten weitermachen oder hast du noch was? Nee, ich hab nichts mehr. Also es ist halt ein guter Film, kann man gucken, aber ein paar Fehler macht's schon. Kommen wir mal von China dann zum Gegenspieler. Donald Trump, was für eine Überleitung. Oh Gott. Die Dokumentation, der Dokumentarfilm heißt Hashtag Unfit, The Psychology of Donald Trump. Ist eine Weltpremiere auf dem DocFest und es ist ein 83-minütiger Film von Dan Partland. Der hatte vorher schon irgendwelche Filme über das amerikanische Hinterland gemacht und jetzt eben mit dieser Weltpremiere. Um was geht's? Ich glaube um Donald Trump. Genau, ja. Und lustigerweise eigentlich gar nicht so um Trump und sein Schaffen und seine Historie, bla bla bla, sondern wirklich um die Frage, ist dieser Mann eigentlich gefährlich? Und hat dieser Mann ein Psychogramm, welches erkennen lässt, dass er gefährlich ist? Es gab ja mal vor einiger Zeit so ein, naja, keine Ahnung, Skandal oder ein Aufschrei. Da haben sich irgendwelche Psychiater oder Psychologen oder und Psychologen in Amerika öffentlich dazu geäußert über den Gesundheitszustand von Donald Trump. Und sie meinten alle, dass der Kerl einfach eine Gefahr darstellt, dass er unter Narzissmus leidet. Ich meine, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Und auch sonst irgendwelche Ferndiagnosen abgegeben. Und in dem Dokumentarfilm geht es jetzt mehr oder weniger darum, welche Sachen sprechen dafür, dass Trump gefährlich ist für die Gesellschaft? Welche Sachen lassen sich auch aus ferndiagnostischer Sicht beweisen oder darlegen? Wie steht man dazu, dass Psychiater von außen Menschen beziehungsweise Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, aus der Ferne beobachten und dadurch halt ein Psychogramm erstellen? Und der Film über seine ganze Länge wird eben dann immer mehr vom am Anfang noch belächelter Trump, ja, ja, ein bisschen Narzisst und so weiter. Und am Ende geht es dann doch eher so in Richtung, ist er vielleicht der neue Hitler? Oh Gott! Da kommen dann auch so Vergleiche halt mit den Faschisten und wie eben faschistische Regimes sich damals an die Macht gebracht haben. Welche Parallelen kann man jetzt zur heutigen Zeit ziehen und wie steht es halt um ihn als Person mit dem Personenkult so weit, dass er das erreichen könnte und will er das überhaupt? Ja, das ist mehr oder weniger der Film. Ja, es ist halt wirklich so, weil ich habe irgendwann, als es halt wirklich darum ging, dieses Skandal mit der Pferdendiagnose von diesen Psychiatern, dass es halt wirklich verboten, mehr oder weniger ist, oder? Genau. Psychiater und Psychologen das nicht dürfen. Die dürfen keine Diagnose ausstellen für Leute, die sie nicht behandeln. Genau. Und da frage ich mich, was ist denn da der Unterschied zwischen einem Psychogramm und einer Diagnose? Ja, eigentlich gibt es da keinen. Also eben, sie sprechen auch komplett offen darüber und es geht eigentlich sogar schon an manchen Stellen ins Detail. Also es klingt eigentlich sogar mehr als, mehr wie eine Diagnose. Die Leute, die Psychiater, die dann interviewt werden und auch, es gibt, was spannend ist, auch einige ehemalige, enge Vertraute von Trump, die zu Wort kommen. Und sie sprechen alle eigentlich im Diagnoseton. Also wird auch am Anfang mehr oder weniger gleich gerechtfertigt, dass Psychiater ja eigentlich immer so, wie sagt man, immer so handeln, dass sie Leute eher beobachten in einem Umfeld, in dem sie sich nicht beobachtet fühlen und dadurch die besten Diagnosen irgendwie zustande bringen. Und das ist mehr oder weniger der, 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 die ganzen 83 Minuten so. Also die Leute reden über Trump und Trump ist nicht im Raum, sozusagen. Und wird das spannend dahergebracht oder ist wirklich nur so in einer Interviewsation an den Nächsten dran geklatscht und man hört einfach nur zu? Nee, also ich fand es unterhaltsam. Das ist wahrscheinlich auch das größte Problem, weil ich eigentlich, ja, vergleichen wir es mal mit Michael-Mur-Dokumentation. Also ich fand es ein bisschen weniger effekthascherisch wie eine Michael-Mur-Dokumentation. Auf der anderen Seite war sie aber dann doch unterhaltsam genug, dass man da jetzt nicht sagen kann, naja, das ist jetzt einfach nur eine dröge Aneinanderreihung von Fakten, sondern es ist schon an manchen Stellen reißerisch aufgemacht. Nicht ohne Grund sind Leute auch zu Wort gekommen, die von Trump wirklich mehr oder weniger fallen gelassen wurden. Wie zum Beispiel der Ehemann, der Frau, die die alternativen Fakten erfunden hat. Ah, aber der ist ja sowieso, ne, der ist halt sehr Trump-kritisch. Ja, der ist ziemlich, also ich kannte, ich muss immer das so sagen, ein paar Leute kannte ich vom Namen her, ein paar Leute kannte ich nicht. Der war mir jetzt das erste Mal ein Begriff. Ja, hat halt dann von seiner Zeit erzählt, während dem Wahlkampf hat er halt mitgemacht und dann irgendwann mal ist ihm, ich glaube, als Trump anfing, die Kinder von ihren Müttern wegzunehmen. Da ist es ihm dann auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass der Kerl doch sehr böse ist. Und also ich glaube, als Europäer, wir haben ja eh guten Abstand zu dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, du wirst in Europa auch keine, ja, keine Trump-Fans jetzt in dem Maße finden, in dem, in dem es, keine Ahnung, in den Südstaaten wirklich so wie Personenkult schon fast religiös irgendwie ist. Wenn du hier Anhänger hast, dann haben die trotzdem in einer gewissen Distanz drauf gesehen. Ich, eine Frage, du hast jetzt auch gesagt, als Europäer ist man ein bisschen distanzierter, aber ist man da auch ein bisschen distanzierter im Sinne von, dass man mit den Leuten auch nichts anfangen kann? Du meintest ja, du hättest nie von dem gehört und ist das wohl vielleicht auch ein bisschen so, dass man halt sich denkt, ja, da reicht sich einer nach dem anderen an und ich habe keine Ahnung, weil diese Leute sind. Was sind deren Credentials sozusagen? Was sind deren, warum dürfen die da überhaupt reden? Also sie werden zum Glück immer wieder ein bisschen eingespielt, also die, beziehungsweise vorgestellt. Ein ehemaliger Pressesprecher, beziehungsweise jemand, der, den ich jetzt auch kannte, das war, Gott, wie hieß der, Stanley Scaramucci oder so ähnlich. Der zwei Tage im Amt war. Ja, genau, der kommt zu Wort. Also es scheinen auch sehr renommierte Psychiater zu sein und ich schätze mal, dass die da damals auch während dieses, in Anführungszeichen, Skandals der Ferndiagnose auch diejenigen waren, die damals zu Wort kamen. Die haben dann in Harvard oder keine Ahnung, sonst irgendwo studiert. Ja, aber für mich jetzt als jemand, der die nicht täglich jetzt in der Tageszeitung liest oder vielleicht irgendwie täglich im Fernsehen sieht, keine komplett unbekannten Gesichter. Und auch Kellyanne Conway hat man mal gesehen, aber ihren Mann kenne ich halt nicht. Also würdest du sagen, kann man gucken, auch wenn man da nicht so drin ist, wenn man halt nur sich denkt, oh ja, stimmt, Trump ist wirklich vielleicht unfit, Präsident zu sein. Gucke ich mal rein. Ich bin ganz froh, dass es nicht die übliche, wir stellen jetzt Trump irgendwie so auf die Bühne und dann hauen wir mit der Keule irgendwie drauf. Es ist schon so ähnlich, weil ich glaube, es werden keine guten Worte über ihn verloren, woher auch. Aber auf der anderen Seite, man findet doch immer wieder den Weg zum Thema zurück. Also es geht dann da auch ein bisschen um die Krankheiten, die die Machtmenschen mehr oder weniger auch haben. Wie gesagt, am Ende wird es dann zu Hitler und Mussolini und wie die sich verhalten haben und wieso die überhaupt nach oben gekommen sind, was die mit ihren Anhängern angerichtet haben und wie die gesehen wurden. Es ist besser als eine Michael Moore Doku. Es ist aber jetzt auch nicht der große Wurf. Also ich bin danach nicht auf einmal erleuchtet von dannen gezogen und habe gesagt, ja, jetzt weiß ich Bescheid. Also ich glaube, man bekommt wenig Neues zu hören. Klatscher gebe ich trotzdem drei. Ach ja, das ist ganz okay. Ja. Kann man gucken. Ich glaube, dass man als Amerikaner da mehr mit anfangen kann. Vielleicht weil dadurch, dass es ein bisschen reißerisch aufgemacht ist und man dann vielleicht doch mit ein bisschen mehr Emotionen rangeht, die Sache, ja, vielleicht mehr im Gedächtnis bleibt oder mehr hervorruft. Aber jetzt bei mir auf der Couch hier in meinem beschaulichen München, nö. Ja, ist halt auch nicht so, nicht so, dass, wenn man so eine Doku guckt, dann will man doch sich aufregen. Ja, klar. Bisschen aufregen geht immer, aber es war nicht das Aufregendste. Okay. Nö. Ja, ist halt vielleicht auch ganz, ganz okay. Ja. Für die ganze Debatte und Diskussion. Ja. Vielleicht kommt ja irgendwann mal was, was mit mehr Fakten belegt wird. Gut. Ja, das war es dann eigentlich auch, was ich dazu zu sagen hätte. Ja, dann war es das auch mit einem Special hier. Ja. Ein kleines Special. Es ist nur klein, aber... Aber fein. Aber fein und so viel, Nina, dann bedanke ich mich bei dir. Ja, ich, es war mir wieder mal eine Freude. Ja, und wir hören uns sicherlich beim nächsten irgendwas. Da kommt sicher was auf uns zu. Genau. Gut. Bis dann. Ja. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.